dieser flock der wird jetzt wirklich nicht lange werden jetzt einfach mal draußen im regen will mal sehen wie das ist die kamera ist ja jetzt wasserresistent und wie ihr seht stehe ich jetzt hier auf dem arm der kleinen insel und das sieht hier stark nach hochwasser aus und ich glaube mal am sonntag wird die stadtautobahn wieder dicht sein das sieht man auch hier eigentlich ganz schön wenn man mal in den alten saararm rein sieht da ist jetzt richtig was los auch dieser hat eine ziemlich starke strömung und freunde der nacht wenn das jetzt so weiter regnet dann haben wir mal wieder hochwasser hier aber ich glaube es wird jetzt zeit trotz aller wasserdichtigkeit denn ich bin es nicht unbedingt einfach mal zu sagen die zukunft ist hinter dem baum das ist ein klassisches beispiel wie man sich hier denn doch noch halten kann vielleicht mal hier noch mal kurz einen blick auf die strömung man sieht es und man sieht denn auch schon wie wenig von der andock leiter denn da ist das geht jetzt hier richtig ab dann schönen guten abend ja 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 ja